Hey, hao Kartoffeln! Ein weiteres Elden Ring Video ist heute für euch am Start und in diesem Video geht es um Haus Vulkan, eine der besten Questreihen im Spiel und wie ihr dabei fünf der coolsten Rüstungen überhaupt abstauben könnt, die leider auch sehr verpassbar sind, wie zum Beispiel die Ziegenbock Rüstung, die die besten Verteidigungswerte überhaupt anbietet. Also falls das bei euch auch so passiert ist, dass ihr die verpasst habt, weil ihr einen NPC zu früh getötet habt oder was auch immer, schreibt gerne mal auf dem Discord. Vielleicht findet ihr dort jemanden, der sie euch geben kann oder schreibt mir privat auf Discord oder Instagram und wenn ich mal wieder etwas Zeit finde, dann kann ich sie euch auch geben. Aber bevor wir jetzt weitermachen mit dem Video, zunächst einmal ein Wort für den Sponsor. Der Sponsor des heutigen Videos ist Desterra, das ihr gerne abchecken könnt, indem ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickt. Trotz des Anscheinens handelt es sich hier nicht um einen reinen Ego-Shooter, sondern um ein Survival-Game. In Desterra könnt ihr nämlich wie in Rust Basen bauen, diese gegen andere verteidigen oder euch zusammenschließen, um selbst auf Plünderung zu gehen. Desterra befindet sich vom 3. bis zum 16. Mai in der offenen Beta-Phase und die Server sind 24-7 für euch offen. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung oder dem angepinnten Kommentar, um an der Beta teilzunehmen und Desterra zu eurer Wunschliste hinzuzufügen. So, machen wir weiter mit dem Video und wichtig bevor ihr zu Haus Vulkan aufbricht ist, dass ihr ein paar NPCs davor trefft, wie zum Beispiel Patches in der Trübflushöhle. Er wird hier an dieser Stelle der Boss des Gebietes sein. Sobald ihr die Truhe öffnet, ist es wichtig, dass ihr ihn nicht tötet an dieser Stelle, denn er wird euch die Möglichkeit geben, später die beste Rüstung im Spiel abzustauben. Also sobald er um Gnade fleht, sobald er die Hälfte seines Lebens erreicht hat, bitte tötet ihn hier nicht, wenn ihr diese Rüstung haben wollt, dann sprecht erstmal mit ihm, lasst ihn zur Ruhe kommen. Auch das zählt als besiegter Boss. Und danach könnt ihr ihn noch einmal treffen, wenn ihr an der Burg vorbeigeht oder durch die Burg hier auf der malerischen Insel, wird er euch als Händler zur Verfügung stehen. Ist aber nicht wichtig, ihn hier unbedingt anzutreffen. Er ist nur hier die erste Möglichkeit, um zum Beispiel Margits Kette zu bekommen. Und wenn ihr jetzt noch ein wenig weiter nach dem Aldous Plateau, nach Norden reitet und dann wiederum nach Westen weiter, könnt ihr ihn noch einmal antreffen und da wird er die typische Patches-Nummer abziehen, die wir schon aus anderen Souls-Teilen kennen. Er wird hier ganz nonchalant sitzen und euch sagen, dass da weiter vorne ein paar wertvolle Gegenstände sind. Und natürlich, sobald ihr euch der Klippe nähert, wird er euch da runterkicken, das viele Stück. Aber in dem Fall bekommt ihr zumindest keinen Fallschaden, aber trotzdem ist das da unten nicht ganz so angenehm. Das ist nämlich der Weg zu Haus Vulcan und er wird euch auch davor warnen. Aber falls es wieder zurück schafft zu ihm, könnt ihr zumindest ein weiteres Emote abstauben. Und bevor jetzt zu Haus Vulcan weiter aufbricht, ist es zumindest von Vorteil, die Ria Nebenquest ebenfalls abzuschließen. Denn sie findet ihr ebenfalls in Leornia nach der Burg. Wird sich hier auf euch warten und euch bitten, eine Halskette zurück zu erlangen, auf welchem Wege auch immer. Der vermeintliche Dieb befindet sich noch ein wenig weit im Nordwesten von gerade eben in der Kramkochhütte. Ihr könnt ihn hier töten, um die Halskette zu bekommen. Das würde ich allerdings nicht empfehlen, weil er nochmal eine Nebenquest bietet, unabhängig von Haus Vulcan, die es durchaus wert ist. Stattdessen kauft die Kette einfach für 1000 Runen und gibt Ria sie wieder, um dafür die Einladung zu Haus Vulcan zu bekommen. Und jetzt könnt ihr direkt nach dem Altus-Plateau von Ria zu Haus Vulcan teleportiert werden und habt den ersten Teil ihrer Nebenquests mitgemacht, so dass ihr auch den Rest freischaltet. Ihr könnt zwar davor auch Bernal oder Dialos antreffen, die sind aber nicht weiter wichtig. Ihr könnt deren Quest auch von Haus Vulcan direkt erst weiterführen. Und Ria trefft ihr entweder nach dem Lift an, wenn ihr den Lift genutzt habt, oder weiter im Norden, wenn ihr die Höhle genutzt habt und könnt euch dann wie gesagt von ihr einfach zu Haus Vulcan teleportieren lassen. Aber zumindest Patches solltet ihr davor schon mal angetroffen haben. So, und jetzt in Haus Vulcan angekommen, geht die Quest erst richtig los. Natürlich wollt ihr euch von Tennis hier einschwören lassen und bekommt dafür den Schlüssel, so dass ihr hier die Zimmer aufsperren könnt. Findet ihr anderen NPCs hier, wie Ria, Patches und Bernal. Könnt mit denen schon mal ein quatschen. Aber wichtig ist, dass ihr dann die Einladung hier annehmt und den ersten NPC tönet und dafür natürlich dann auch die erste Rüstung abstaubt. In dem Fall ist das Istwan der alte Ritter und der befindet sich weiter oben in Limgrave in der Nähe des Kolosseums, wenn ihr der Straße weiter nördlich von der Hütte des Kriegsmeisters aus folgt. Hier ist dann relativ offensichtlich ein Zeichen auf eurer Karte und an dieser Stelle auch ein rotes Zeichen auf dem Boden. Und ihr könnt diese Invasion so oft machen, wie ihr wollt. Selbst wenn ihr sterben solltet, einfach noch mal probieren. Gar kein Stress. Und als Belohnung bekommt ihr die Schuppenrüstung. Eine erstens mal sehr schwere Rüstung, die gute Verteidigungswerte bietet, aber vor allem für die nicht physischen Resistenzen. Das heißt, Feuer, Magisch, Blitz und Heilig ist die extrem gut für ihr Gewicht. Die kann man selbst im Late Game noch nutzen, wenn es eben gerade gegen diese Verteidigungsarten geht. Und als Belohnung bekommt ihr dann von Tennis nochmal den Magmaschuss. Also auch immer schön die Belohnungen abholen. Und bevor ihr jetzt direkt weitermacht mit dem nächsten Ziel, solltet ihr zunächst einmal mit allen NPCs sprechen. Darunter Bernal, der euch neu Kriegsaschen anbietet. Zum Beispiel die Eruption oder den Schachzug der Assassinen. Oder mit Patches, denn er wird euch ein weiteres Ziel liefern, das optional ist und das nur besteht, wenn ihr ihn davor eben nicht getötet habt. Und das ist die Möglichkeit, die beste Rüstung im Spiel abzustauben, nämlich im ruinenübersäten Abgrund. Das Zeichen der Invasion wird erst im Bossraum auftauchen, also müsst ihr davor den Magmawurm besiegt haben. Und erst dann wird im ruinenübersäten Abgrund auch die Möglichkeit bestehen, die beste Rüstung abzustauben. Und wie gesagt, das ist nur der Fall, wenn ihr Patches davor leben gelassen habt. Deswegen ist das wahrscheinlich die Rüstung, die die meisten von euch verpasst haben. Aber wie gesagt, falls das bei euch der Fall ist, gerne mal auf Discord schreiben oder mir privat. Und im besten Fall könnt ihr die dann auch nochmal bekommen. Und ja, die Ziegenbock-Rüstung bietet die besten physischen Verteidigungswerte. Zwar auch das größte Gewicht, aber dafür auch das größte Gleichgewicht. Und Gleichgewicht ist ein sehr guter Verteidigungswert, wenn es darum geht, nicht unterbrochen zu werden während eurer Attacken. Und wenn ihr halt super viel auf Rüstung setzt und dafür dann mit einem Schlag alle Gegner weghaut, solange der nicht unterbrochen wird, ist das die Rüstung für euch. Ansonsten nehmt nur ein paar wenige Teile davon und ihr solltet euer Set trotzdem dadurch ein wenig stärker machen können. Danach könnt ihr nochmal mit Patches reden und er wird euch nach einem erneuten ansprechen. Dann auch die Belohnung geben, nämlich die Magma-Peitsche bzw. den Magma-Peitschenleuchter. Eine sehr coole Waffe, die ihr herumwirbeln könnt. Werdet ihr wahrscheinlich auch verpasst haben, wenn ihr die Rüstung nicht bekommen habt. Zurück im Nebenraum werdet ihr Rhea hier nicht mehr antreffen, sondern in einem anderen Raum in ihrer wahren Gestalt, der Schlangengestalt. Ihr könnt hier mitreden und auch Teneth darauf ansprechen, sodass ihr hier schon mal deren Quests ein wenig weiter vorantreibt. Und jetzt an dieser Stelle können wir auch unser zweites Hauptziel weiterverfolgen für House Vulcan und die zweite Assassinen-Quest annehmen. Für einen Magier, der sich vom Alpes Plateau aus ziemlich leicht erreichen lässt. Einfach zum Aussichtspunkt hier gehen und weiter nach Norden reiten. Die sind ja immer recht offensichtlich auf der Karte markiert, deswegen muss ich wahrscheinlich nicht jedes Mal zeigen, wo genau das Zeichen zu finden ist. Und sobald ihr den besiegt habt, bekommt ihr dafür einen Talisman von ihm. Der bewirkt allerdings nur, dass euch Gegner nicht mehr so leicht bemerken, also eher weniger sinnvoll. Dafür bekommt ihr aber eine richtig coole Waffe von Teneth, nämlich die Schlangen-Knochen-Klinge. Ein ziemlich cooles Katana. Und bevor wir jetzt weitermachen mit den Haupt-Assassinen-Quests, sprecht nochmal Bernal an jetzt, bekommt ihr nämlich von ihm auch noch einen weiteren optionalen Auftrag. Deswegen ist es so wichtig, ihn hier davor nicht unbedingt zu töten, wenn ihr nochmal eine weitere optionale Rüstung abstauben wollt. Und das ist die Rüstung des Wolfes. Und die findet ihr in Lyndale in der Hauptstadt, bei dem Anwesen, das verflucht ähnlich ausschaut wie die Tafelrundfeste. Also einfach zur Hauptstadt gehen und mittendrin, wirklich auf dem roten Teppich sozusagen, findet ihr das Zeichen für die Invasion, sodass ihr euch hier auf ein 2 gegen 2 Duell einlassen könnt. Ihr gemeinsam mit Bernal gegen den blutigen Wolf und seinen Magierkumpel. Und sobald ihr die besiegt habt, bekommt ihr die Rüstung des blutigen Wolfes sozusagen, die Titelrüstung von Elden Ring, könnte man sagen. Die ist zwar nicht die beste Rüstung im Spiel, bietet aber dafür bei mittleren Gewichtswerten ziemlich gute Verteidigung, kann man sich nicht beschweren und sieht natürlich vor allem, und das ist vielen Elden Ring-Spielern wichtig, verdammt gut aus. Und natürlich bekommt ihr von Bernal auch noch eine Belohnung, nämlich Game is Wood, ein sehr cooler Zauberspruch. Lohnt sich also dieser optionale Auftrag? Danach könnt ihr mit Rhea sprechen, um von ihr zu hören, dass sie im Nebenraum ein paar seltsame Geräusche vernommen hat. Das liegt daran, dass es hier eine nicht ganz echte Wand gibt, durch die ihr einfach durchrollen könnt, um zum Legacy-Dungeon und zum Boss dieses Areals zu kommen. Ihr müsst dafür einfach erstmal nur hier zur Kirche kommen und diese Türen aufstoßen. Danach könnt ihr mit Rhea ein weiteres mal reden, um ihr vom Geheimnis zu erzählen. Hiernach könnt ihr den Haus Vulcan-Dungeon frei erkunden und den ersten Boss dieses Areals besiegen, nämlich den Adligen der Götterscalpe, auf dem Altar dahinter befindet sich nämlich ein Item, das ihr für Rheas weitere Quest braucht, das Schlangen-Amnion, und das könnt ihr geben, damit sie sich zurückerinnert an ihre Geburt und erstmal aus Haus Vulcan verschwinden wird. Dieses Verschwinden könnt ihr mit Teneth besprechen, damit sie euch den Trank des Vergessens gibt und jetzt habt ihr mehrere Optionen, wie es weitergeht. Zunächst einmal gilt es aber, Rhea wieder zu finden und sie ist weiter im Dungeon versteckt. Wenn ihr erstmal den Lift nach oben nehmt und den Weg ganz normal weiterverfolgt, den ihr auch sowieso nehmen müsst, weil das relativ linear ist, vorbei an der eisernen Jungfrau, nach rechts abbiegen, vorbei am Schlangenmenschen, hier ein weiteres mal rechts abbiegt und hier, sobald ihr diesen Gegner seht, hier aus links dem Fenster springt, kommt ihr zu Rhea, die sich hier unten versteckt hat. Und ihr habt jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt entweder den Trank des Vergessens überreichen oder sie einfach hier sein lassen. Je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, bekommt ihr unterschiedliche Belohnungen nach dem Kampf mit Rycard. Und bevor ihr euch auf diesen Kampf einlasst, könnt ihr auch einfach nur diesen Schlangentöter-Sperr mitnehmen und euch wieder weg teleportieren. Zum Beispiel auch in die Tafelrundfeste, um den erstmal ein wenig aufzupumpen. Denn ja, ihr könnt ihn einfach so verbessern. Aber bevor ihr den Endbus besiegt, solltet ihr unbedingt noch den letzten Teil der Assassinen-Quest abschließen und den roten Brief nehmen, um Juno Hoslow, den älteren Bruder von Haus Hoslow, endgültig zu besiegen und seine Rüstung ebenfalls abzustauben. Und der befindet sich weiter oben im Schneegebiet. Relativ offensichtlich, wie ihr da wiederum hinkommt. Und allgemein ist es auch so, dass ihr die komplette Haus-Wulkan-Quest 3 verpassen könnt, wenn ihr Rycard zu früh besiegt habt. Also da hilft nur noch ein NG+, oder dass euch jemand netterweise diese ganzen Gegenstände einfach so überlässt. Jedenfalls ist auch Hoslows Rüstung wirklich nicht von schlechten Eltern. Ebenfalls eine der mittleren Rüstungen, die ziemlich gute Verteidigungswert hat. Wie ihr sehen könnt, noch mal ein wenig besser als die vom blutigen Wolf und sieht auch nicht allzu schlecht aus. Die andere Maske könnt ihr übrigens bekommen, sobald ihr Dialos-Quest ebenfalls noch abschließt, wenn ihr hier fertig seid mit Haus-Wulkan. Darüber reden wir später noch. Jedenfalls bekommt ihr hier noch einen Talisman, der LP regeneriert beim Besiegen von Gegnern. Also den durchaus noch mitnehmen. Und jetzt ist Rycard dran. Den Kampf will ich euch natürlich nicht spoilen, außer, soviel sei gesagt, dass ihr das Schwert wie gesagt schon davor verbessern könnt. Und nach dem erfolgreichen Bosskampf könnt ihr noch ein weiteres Mal mit den ganzen Anwohnern von Haus-Wulkan reden. Sie werden sich allerdings mehr oder weniger bei euch verabschieden und das Ganze hier auflösen. Und tatsächlich, nach der Rast bei der Gnade sind hier alle weg, bis auf Rhea, wenn ihr ihr den Trank des Vergessens gegeben habt. Wird sicher noch ein weiteres Mal auftauchen, aber nach einer weiteren Rast ist auch sie weg. Und stattdessen könnt ihr hier ihren Talisman abstauben. Und der bewirkt tatsächlich, dass ihr noch mehr Schaden bekommt. Also falls euch das Spiel zu einfach ist, damit wird's nochmal ein gutes Stückchen klüffeliger. Ansonsten könnt ihr Rhea den Trank des Vergessens auch nicht überreichen. Und nach dem erfolgreichen Bosskampf könnt ihr im Dungeon noch ein weiteres Mal auf sie treffen. Und nach einem Reload bekommt ihr neben dem Talisman auch einen Brief, in dem steht, dass sie weitergezogen ist. Also wer weiß, vielleicht mit einem zukünftigen Patches oder DLCs wird diese Questline hier noch weitergeführt werden. Aber zumindest im Moment ist das hier der Schlusspunkt. Und so ähnlich sieht es auch bei Tennis aus, obwohl hier offensichtlich noch etwas fehlt, das wahrscheinlich noch mit zukünftigen Patches dazukommen soll. Denn ihr trefft Tennis wieder in der Boss-Arena von Reinhardt. Und mit Patch 1.03 ist eine weitere Queststufe hinzugekommen. Ihr könnt hier nämlich in der Schattenburg auf Patches antreffen. Und ja, ich weiß, jetzt wird's kompliziert, denn sowohl Patches, die das Spiel weiterbringen, als auch Patches per Charakter heißen nun mal gleich. Jedenfalls könnt ihr in der Schattenburg, wenn ihr euch nochmal umdreht nach dem Endboss, hier auf Patches treffen, der euch Kastagnetten überreichen wird. Und diese könnt ihr Tennis auch zeigen. Das Problem ist, sie reagiert darauf nicht. Also wird hier offensichtlich nochmal die Quest weitergeführt werden. Ihr könnt sie also überleben lassen, oder aber ihr tötet sie an dieser Stelle. Denn ihr bekommt nicht nur ihre Rüstung, sondern auch ihren Begleiter als Invader, der euch vernichten will. Und falls ihr das Gegenteil bewegt, nämlich ihn vernichtet, bekommt ihr dann nochmal einen coolen Anrufungszauber. Also kann es sich auch lohnen, sie hier zu töten. Aber wie gesagt, die Quest würde normalerweise noch weitergeführt werden. Und das sieht man auch daran, dass mit Patch 1.04 Patches Quest weitergeführt worden ist. Er ist nämlich zu seinen Wurzeln zurückgekehrt in die Trübflushöhle und wartet erneut auf euch als Dungeon-Boss. Ihr solltet ihn hier allerdings kein einziges Mal schlagen, da ihr wahrscheinlich auch schon so overpowered wärt, dass ihr ihn one-shotten würdet. Von dem her lasst ihn gewähren. Nach kurzer Zeit wird er sich ergeben. Ihr bekommt nicht nur ein cooles E-Mod, nämlich seine Russen-Hocke, sondern auch ihn als Händler wieder als Option. Allerdings wird er leider nichts Neues anbieten, also hier eine kleine Enttäuschung. Und wo wir gerade bei Händlern reden, auch Bernal wird euch nach der Haus-Vulkan-Quest noch seine Kriegsaschen zur Verfügung stellen, aber stattdessen wird sein Schwert sie euch verkaufen. Und ihn selber könnt ihr nochmal antreffen in Faro Masula bei der großen Brücke, wenn ihr da nach links abbiegt. Also nicht zu Malekith direkt geht, sondern hier erstmal zu dieser Brücke. Am Ende davon wird nämlich er euch invaden und hier habt ihr die Möglichkeit, seine Rüstung zu bekommen, sowie auch die blasphemische Klaue und sein legendäres Zepter. Ansonsten könnt ihr natürlich auch da Forschung besiegen, um die Rüstung zu bekommen und die ist ziemlich gut. Die ist nämlich ordentlich schwer und bietet sehr gute Resistenzen, gerade für den Anfang des Spiels. Aber wie gesagt, ihr verpasst dann halt die coole Rüstung des blutigen Wolfs. Und dann geht es auch noch weiter mit der Quest von Dialos, wenn ihr das wollt. Ihr müsst dazu zur Gefäßburg gehen, also im Osten von Leornia. Wie ihr dahin kommt, habe ich schon mal gezeigt in einem anderen Video. Deswegen ist das oben rechts in den Infokarten verlinkt. Ich will hier nicht allzu viel spoilen, aber am Ende der Questreihe könnt ihr auch Dialos Maske bekommen und ihr könnt auch die Alexander Quest zu Ende treiben, indem ihr Alexanders Innerein hier übergebt. Und als Belohnung dann, wenn ihr nochmal an die Stelle vom Gefäßkind geht, eben noch einen anderen Talisman bekommt, der eure Wurfobjekte verstärkt. Also sehr nischig, aber trotzdem hat auch diese Quest damit einen Abschluss gefunden. Ich bin wie gesagt sehr gespannt, ob die Tennis Quest noch weiter vorangetrieben wird. Ich gehe mal sehr stark davon aus, da das jetzt noch so ein offenes Ende hat. Falls ihr wie gesagt irgendwelche Rüstungen braucht aus dem Video, schreibt mir persönlich gerne oder schreibt mal im Discord. Im besten Fall meldet sich da jemand. Aber das war es von meiner Seite. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Bis zum nächsten Mal.